Reinhard Hauf ist ein deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor. Leben Reinhard Hauf, Sohn eines Regierungsdirektors und jüngerer Bruder des Fernsehregisseurs und Produzenten Eberhard Hauf, studierte nach dem Abitur zunächst Germanistik, Theaterwissenschaft und Soziologie. Er brach das Studium ab, um Redaktions- und Regieassistent beim Fernsehen zu werden. Die Zusammenarbeit mit Michael Pfleker und Rolf von Südo führte zunächst zu einer Spezialisierung auf die Unterhaltungsbranche. 1968 wandte sich Hauf dem Dokumentarfilmen zu. Im Jahr darauf entstand nach einem Drehbuch von Peter Glotz und Volker Koch sein erster Spielfilm, Die Revolte. Der Plot handelt von einem Versicherungsangestellten, der eines Tages den Job hinwirft, sich dem Studentenprotest anschließt und dann auf die abschüssige Bahn gerät. Der Hauptdarsteller Hans Brenner spielte im Jahr darauf auch die Titelfigur in Matthias Kneißel, einem Kinofilm über den gleichnamigen bayerischen Räuber der Jahrhundertwende. Neben Volksschauspielern wie Gustl Beyerhammer und Ruth Drechsel hatten auch die Regisseurskollegen Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorf und Franz Peter Wirt Darsteller rollen. Hauf spielte wiederum in Filmen von bekannten Kollegen wie Fassbinder, Schlöndorf, Werner Herzog, Peter Lilienthal, Norbert Kückelmann oder Herbert Achternbusch mit. 1973 gründete Hauf gemeinsam mit Schlöndorf die Filmproduktionsfirma Bioskop. Damit schuf man sich politische und künstlerische Unabhängigkeit und konnte wichtige Filme des deutschen Autorenkinos der 1970er Jahre realisieren. Die größten Erfolge von Reinhard Hauf als Regisseur waren Stammheim, ein Film über den Prozess gegen die RAF-Terroristen im Gefängnis Stammheim 1986 und die Verfilmung des Berlin-Musicals des Gripstheaters Linie 1 1988. Auf der Berlinale 1986 sorgte Stammheim für einen Skandal, da die Jurypräsidentin Gina Lollobrigida die demokratische Entscheidung der Jury ablehnte, die Schweigepflicht während der Preisverleihung brach und offen ihre Ablehnung des Films kundtat. Reinhard Hauf war von 1993 bis 2005 Direktor der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Er gehörte 2003 zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie. 2017 ehrte ihn das Filmfest München als vielleicht unbekanntesten bekannten deutschen Regisseur, mit einer Retrospektive von 13 Filmen. Auszeichnungen 1967 TV Festival Rome Goldene Rakete für die Ofarims 1974 IFF Neu-Delhi Preis der Unikrit für die Verrohung des Franz Blum 1978 Kairo International Film Festival Goldene Noff Rätete für der Hauptdarsteller 1978 IFF Paris FIPR ESCI Preis Pri Antennedor für Messer im Kopf 1979 Filmband in Silber für Messer im Kopf 1979 IFF Warner Großer Preis für Messer im Kopf 1981 Sydney Film Festival 2 Preis für Endstation Freiheit 1986 Internationale Filmfestspiele Berlin 1986 Goldener Bär FIPR ESCI Preis für Stammheim 2005 Ehrenpreis des Deutschen Filmpreises der Deutschen Filmakademie 2012 Stern auf dem Boulevard der Stars in Berlin Goldene Vielen Dank.